ja ich grüße euch hier auf techtraxer.de zu einem neuen video und ich grüße euch zu einem neuen tech tutorial video hier auf meinem kanal und heute sprechen wir über den apple tv 4k im konkreten möchte ich euch hier in diesem video jetzt zeigen was ihr einstellen solltet um das beste bild und ton erlebnis mit dem apple tv zu erzielen ja denn beim apple tv ist es nämlich so dass dort dynamik bereiche als auch bild wiederholungsfrequenzen etwas anders behandelt werden als bei klassischen streaming boxen auf die idee dieses videos hat mich tatsächlich der kommentarbereich unter einigen videos gebracht wo immer wieder mal nachgefragt wird ja wie soll ich denn jetzt mal ein apple tv einstellen irgendwie klappt das mit hdr und dolby vision nicht so richtig und das möchte ich jetzt hier in diesem video einfach mal aufgreifen und euch zeigen was ihr einstellen solltet wenn euch das gefällt dann gebt dem video auf jeden fall ein daumen nach oben lehnt euch zurück und ich lege los okay jetzt zeige ich euch was ihr an eurem apple tv einstellen solltet im bild seht ihr jetzt den sony x 90j fernseher das ist ein fernseher der hdr als auch dolby vision unterstützt ihr solltet natürlich wissen um hdr zu genießen dass der fernseher hdr bieten sollte das gleiche gilt auch für dolby vision okay um das jetzt einstellen zu können was wir jetzt einstellen wollen gehen wir jetzt unter einstellungen und dann unter video audio den dritten punkt da klicken wir rein und das erste was wir uns anschauen ist format format ist effektiv die auflösung plus dynamik bereich plus bild wiederholungsfrequenz und hier bietet der apple tv eine schier unendliche liste an möglichkeiten was wir an formaten einstellen können das ist primär muss ich sagen eine schöne sache und das liebe ich auch am apple tv man kann ihn quasi so weit anpassen wie man möchte je nachdem was für ein szenario man hat um jetzt tatsächlich aber eine gute grundbasis zu liefern um alles wieder zu geben empfehle ich hier tatsächlich 4k str mit 50 herz warum wenn jetzt beispielsweise den lp tv als klassischen ich sag mal fernsehwiedergabe gerät nutzt für magenta tv oder giga tv ist es so dass fernsehinhalte von den öffentlichen rechtlichen als auch von den privatsendern in str mit 50 herz wiedergegeben werden und das ist natürlich eine sache die sollten wir vorgeben da es der inhalte immer standardisiert sind und daher empfehle ich hier 4k auflösung um abscala effekt zu haben in sdr für den standard dynamik bereich und die bild wiederholungsfrequenz 50 herz da fernsehsender in 50 herz ausstrahlen vor allem auch sehr wichtig für sportwiedergabe so jetzt ist aber natürlich die frage die im raum steht kann ich auch vollkommen verstehen was ist denn jetzt mit hdr und dolby vision muss ich jetzt jedes mal in hdr wechseln oder in dolby vision das müsst ihr an dieser stelle nicht und zwar um dann jetzt die inhalte die in hdr oder dolby vision kommen automatisch anpassen zu lassen geht ihr einfach einen schritt zurück und dann unter dem menüpunkt an inhalt anpassen hier habt ihr die möglichkeit die dynamik bereiche als auch die bildrate also die bild wiederholungsfrequenz an den inhalt anzupassen das bedeutet jetzt wenn ihr jetzt über netflix beispielsweise dolby vision inhalte schaut erkennt der lp tv das okay hier ist jetzt nicht mehr sdr sondern dolby vision pass auf ich ändere mal den dynamik bereich in dolby vision und der fernseher erkennt automatisch den dolby vision inhalt das gleiche geht auch für die bildrate wenn ihr jetzt über netflix an film wie gesagt in dolby vision schaut welcher dann aber mit 24 herz daher kommt was ja klassischerweise bei filmen so ist dann passt der der lp tv automatisch die 50 herz in 24 herz an und ihr habt den anständigen kinolog das hier sind die beiden standard einstellungen die auf jeden fall getroffen werden solltet wenn netflix amazon video und co verwendet wird und ihr hdr und dolby vision richtig ausgeben wollt jetzt empfehle ich euch noch eine kleine sache und zwar die hdmi ausgabe solltet ihr hier auf jeden fall auf ycbcr stellen das ist der klassische yv ausgang damit habt ihr nämlich eine etwas breitere farbwiedergabe und diese farbwiedergabe solltet ihr unter chroma auf 4 zu 4 zu 4 stellen damit habt ihr die maximale farbwiedergabe die das panel beziehungsweise diese apple tv auch wiedergeben kann aber achtung das ist natürlich ein enormer datenaufwand der hier entsteht wenn ihr 4k sdr 50 herz mit 4 zu 4 zu 4 ausgibt da habt ihr seid ihr quasi am limit von hdmi 2.0 b und da solltet ihr natürlich darauf achten dass das hdmi kabel das dementsprechend auch mit liefert ich habe euch unten in der video beschreibung sowie kommentarbereich passende hdmi kabel verlinkt die diesem band diese bandbreite auch liefern können so jetzt kommen wir noch zum schluss kurze audio ausgabe hier gibt es aber ehrlich gesagt nicht mehr viel zum einstellen ihr solltet jetzt hier bei dem aufbau den ich jetzt habe tv-lotsprecher auswählen wenn ihr den apple tv direkt an den tv angeschlossen habt und in erfahrungsriever über arc oder er arc sollte ihr jetzt ein erfahrungsriever haben wo der apple tv direkt auch daran angeschlossen ist sollte die auch tatsächlich tv-lotsprecher auswählen bei manchen auf haus wie wann ist es so dass die hier auch unten aufgelistet werden dann nutzt die aber airplay und airplay ist nicht unbedingt kompatibel mit surround sound und allem drumherum wenn ihr hier beim aufhaus wie war auch tv-lotsprecher auswählt dann bekommt der aufhaus wie wir das richtige audio format das ist auf jeden fall wichtig zu wissen an dieser stelle was aber auch noch wichtig zum einstellen ist es hier unter menüpunkt audio format hier empfehle ich tatsächlich folgendes einzustellen format ändern auf aus damit habt ihr nämlich quasi den das richtige audio format von der jeweiligen quelle wenn jetzt beispielsweise auf netflix einen film in dolby digital plus 5.1 vorliegt gibt der apple tv das dementsprechend auch aus und wenn etwas in dolby atmos vorliegt gibt er das auch in dolby atmos aus wenn ihr natürlich hier unter immersiven audio dolby atmos aktiviert habt das sind so die wichtigen einstellungen die er noch fürs audio festlegen solltet und natürlich dann dementsprechend auch die video ausgabe ja und damit sind wir am ende dieses videos angekommen ich habe euch in diesem video jetzt gezeigt was ihr so alles an euren lp tv 4k einstellen solltet so dass ihr die breite format unterstützung gewährleistet wenn ihr noch fragen haben sollte dann zögert nicht und schreibt mir diese unten in den kommentarbereich wenn ihr mehr solcher videos sehen wollt dann solltet ihr das kostenlose abonnieren meines kanals nicht vergessen sowie das aktivieren der glocke ansonsten würde ich sagen ich wünsche euch jetzt auf jeden fall viel spaß mit euren lp tv und wir hören und sehen uns im nächsten video wieder macht es gut